Jawoll, dann gucken wir mal hinten raus, jetzt im Netz liegt es, da komm schon auf der Strecke. Vorhin gemütlich drauf fahren, immer noch ruhig sein und jetzt Gas gehen. Kraft, ich komm. Ah, der will dann nicht hinten rausgehen. Noch einmal versuchen. Und jetzt Gas gehen. Ok, gut. Und dann fährst du raus und stellst neben die Admin, ne? Und dann kriegst du einen Fett rein, ja.